Herzlich willkommen zur ersten Vorlesung Algorithmen und Datenstrukturen im Sommersemester 2023. Ich freue mich, dass so viele da sind, im Raum etwa 50 über Zoom 146. Da sind aber auch, glaube ich, die im Raum dabei bei 314 Anmeldungen. Warum auch immer, was machen wir heute? Zum Organisatorischen sage ich eine halbe Stunde was, Inhalt, Ablauf, Kurssysteme. Wir fangen aber auch gleich an mit etwas ganz einfachem Sortieren. Ich zeige Ihnen einen ganz einfachen Sortieralgorithmus und erkläre Ihnen einen etwas komplizierteren, den Sie das erste Übungsblatt implementieren sollen. Einfach so zum Warmwerden. Aber jetzt erstmal Organisatorisches mache ich relativ schnell. Ich glaube gar nicht, dass ich unbedingt alles vorlese, was auf den Folien steht. Vor allem steht es auf den Folien, damit Sie sich dann späterer Bedarf auch anschauen können. Wovon wir hier ausgehen, dass Sie schon kleinere Programme schreiben können. Zum Beispiel sowas hier berechnen, ob eine Zahl prim ist. Python. Die meisten von Ihnen haben schon Einführung in die Programmierung gehört. Ich glaube, da habe ich auch schon eine Umfrage zu. Die werde ich jetzt mal genau. Wie sieht es mit Ihren Vorkenntnissen aus? Können Sie während ich hier rede daran teilnehmen? Müssten Sie jetzt sehen. Also auch die Leute im Raum gerne in Zoom einloggen. Hatten wir am Anfang gezeigt oder steht auf der Wiki-Seite. Können Sie dann schon mitmachen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten schon Einführung in die Programmierung gehört haben und so ein paar Grundkonzepte verstanden haben. Alle dürfen mitmachen. Sie dürfen sich dann nur noch nicht über den Mehraufwand beschweren. Ja, wenn Sie hier gleichzeitig noch dabei programmieren lernen, ist halt einfach doppelt so viel Arbeit. Geht aber auch. Ist okay. Komme ich gleich noch zu zum Aufwand. Was lernen wir hier? So ein paar Grundbausteine, die man immer wieder braucht. Wir fangen heute an mit Sortieren. Assoziative Felder, Hashmaps, dynamische Felder und so weiter. Was hier steht. Typische Frage. Das gibt es ja jetzt in allen gängigen Bibliotheken und dann benutzt man das einfach. Warum muss man das verstehen? Naja, wir sind hier in der Uni. Da lernen wir erstmal, was dahinter steckt. Also wie man das überhaupt gemacht hat. Und tatsächlich, wenn Sie dann selber Projekte machen, will man auch oft mal eine Variation davon. Für einen Spezialfall kann man das dann vielleicht schneller machen. Und dann ist einfach gut zu wissen, wie das überhaupt funktioniert. Und außerdem gibt es da interessante Mathematik dahinter. Dazu kommen wir gleich auch noch. Effizienz ist ein ganz großes Thema. Bei Einführung der Programmierung glaube ich noch nicht. Da ging es erstmal darum, wie man überhaupt irgendwas in den Programmen umsetzt. Für die, die das vorher noch nicht gemacht haben. Und in dieser Veranstaltung ist das ein ganz entscheidender Aspekt. Man hat jetzt was gemacht und jetzt ist die große Frage, wie schnell ist das? Kann man das schneller machen? Und wie weiß ich, ob es noch schneller geht? Ja, das ist ja eine schwierige Frage. Jetzt habe ich es schneller gemacht. Geht es noch schneller? Geht es doppelt so schnell? Geht es zehnmal so schnell? Liegt es an der Programmiersprache? Liegt es am Algorithmus? Das sind ziemlich interessante und tiefe Fragen, mit denen wir uns hier beschäftigen. Es geht um allen möglichen Ressourcenverbrauch. Speicherverbrauch kann auch sein, aber meistens geht es einfach um Geschwindigkeit. Man will, dass so schnell wie möglich ist. Wie machen wir das? Laufzeitanalyse lernen Sie was? Heute messen wir erstmal einfach nur Laufzeit. Aber das schauen wir uns dann auch mathematisch an. Was es damit auf sich hat, sehen wir dann. Manchmal ist nicht so klar, dass das, was wir implementiert haben, auch immer stimmt. Machen wir also auch ein bisschen Mathematik. Hier ist ein Beispiel. Also Mathematik sehen wir schon, wird eine Rolle spielen. Jetzt nicht besonders kompliziert. Nicht nur Rechnen, schon auch wirkliche Mathematik. Aber nicht einfach nur Mathematik, wo Sie sich fragen, wie vielleicht in manchen anderen Vorlesungen, warum wir das jetzt brauchen, sondern es wird dann immer sehr klar sein, warum wir die Mathematik hier brauchen. Jetzt zum Ablauf. Wie gesagt, am Anfang mal jetzt relativ schnell. Sie können übrigens jederzeit fragen. Sie können einfach reinquatschen, wenn Sie über Zoom dabei sind oder hier im Raum einfach was fragen. Das wird nicht aufgenommen. Sie können aber auch alle einfach in Zoom-Chat schreiben. Gerne jederzeit. Zu den Vorlesungen. Die sind heute haben wir um Viertel nach angefangen. Sonst, ich sage gleich was zu dieser ungewöhnlichen Uhrzeit. 14.05 bis 16.00 Uhr. Sie können hier hinkommen. Jetzt beim ersten Mal aus Gründen, die hatte ich ja schon geschrieben, eines der ungelösten Rätsel der Menschheit noch, warum in der ersten Vorlesungswoche immer alle kommen wollen und dann nimmt das rapide ab. Sie können also ab der zweiten Woche ist hier genug Platz für alle, die kommen wollen. Sie können auch immer über Zoom teilnehmen. Einwahl, siehe Viki. Ich zeige mal ganz kurz die Viki-Seite. Die sieht so aus, falls Sie die noch nicht gefunden haben. Sonst findet man die, glaube ich, über unsere Webseite oder über Google. Da steht alles. Da steht auch die Einwahl über Zoom. Hier unten immer die Vorlesungsmaterialien. Hier haben Sie auch schon die Folien und so weiter. Und auch nochmal den Zoom-Link. Zwölf Vorlesungstermine. Wir haben es um eins reduziert. Letzte am 18. Juli. Keine Vorlesung in der Pfingstpause und an einem noch auszuwählenden Tag. Vorlesungen werden gestreamt über Zoom genau und aufgezeichnet. Aufzeichnungen schneiden wir, macht der Alexander Monnerit schon seit ein paar Tagen. Jahren sehr zuverlässig. In der Regel am selben Tag noch. Also irgendwann abends sollten die zur Verfügung stehen. Auf der Viki-Seite habe ich gerade gezeigt, finden Sie alle Materialien. Also auch zum Beispiel die Folien für heute natürlich noch ohne Annotationen. Okay, da muss ich mich jetzt mal anmelden. Das mache ich doch gerade mal. Das sind die Folien für heute. Wenn Sie also jetzt in der Vorlesung und vielleicht habe ich was erklärt, Sie waren noch auf der Folie vorher, können Sie hier schauen. Das Übungsblatt steht da auch. Den Code, den wir zusammenschreiben, steht nach der Vorlesung da. Also alles auf dem Wiki. Wir finden das auch alles im SVN. SVN, was das ist, sage ich am Ende noch. Aber die meisten von Ihnen hören, glaube ich, auch Programmieren. Wer hört hier im Saal auch Parallelprogrammieren in C++? Ja, doch relativ viele. Die Hälfte, die andere traut sich nicht. Genau SVN, da benutzen Sie das auch. Das ist gut. Muss ich da nicht so viel erklären. Da gibt es einen Unterordner Public. Armin Biere macht das genauso, hat unseren Setup da kopiert. Das ist ganz gut. Und da steht auch alles außer die Aufzeichnung. Die stehen nicht im SVN. Das ist ganz praktisch. Da können Sie sich das einfach immer drüber holen. Zur ungewöhnlichen Vorlesungszeit möchte ich was sagen. Wir machen das immer so, dass wir die ersten zehn Minuten, heute ist das anders, aber in den zukünftigen Vorlesungen erstmal organisatorisch ist. Und dann ein bisschen was zur letzten Vorlesung und zum letzten Übungsblatt. Im 16.15 Uhr geht es dann mit dem neuen Inhalt los. Machen wir deswegen so. Also das ist ganz interessant, sich das anzuhören. Aber es gibt vielleicht ein paar, die haben... Danke für den Hinweis, dass diese Uhrzeit nicht stimmt. Sie passen auf, oder? Hört mir jemand zu? Genau. Das ist... Genau. Schon. 14.05 bis... Ne, 14.15 vielleicht. Genau. 14.15. Gucken, ob es jetzt stimmt. Organisatorisches letztes Übungsblatt um 14.15 Uhr. Es gibt ja vielleicht ein paar, die vorher erst noch von einer anderen Vorlesung hinkommen. Weiß nicht, wie viele das betrifft. Die verpassen dann vielleicht diesen Einführungsteil, aber nichts von dem neuen Stoff. Das ist ja blöd, wenn was Neues erklärt wird. Man verpasst die ersten fünf Minuten, dann kann es schwer sein, reinzukommen. Wenn Sie aus irgendeinem Grund den Anfang verpassen, also die ersten zehn Minuten oder früher gehen müssen, ist alles auf der Aufzeichnung da. Es wird eine oder zwei kurze Pausen geben, je nachdem. Warum machen wir das so? Wir haben in den letzten Jahren ziemlich viel mit der Vorlesungszeit rum experimentiert. Die reguläre Zeit ist anderthalb Stunden. Das kann man natürlich auch machen, geht aber meistens auf Kosten von diversen Sachen, wie zum Beispiel genaue Erklärung, genügend Zeit zum Nachdenken und für Fragen. Es hat sich einfach bewährt, genug Zeit zu lassen und nicht dann am Ende, oh, ich habe ja noch fünf Folien, husch, husch. Wir machen das lieber in Ruhe. Wenn Sie früher gehen müssen, ist es wenigstens auf der Aufzeichnung mit vernünftigen Erklärungen. Und wenn ich was erkläre, was ein bisschen komplizierter ist, machen wir es langsamer, sodass Sie auch Gelegenheit haben, in der Vorlesung oder wenn Sie über Zoom dabei sind, das nachzuvollziehen. Wir haben einfach gemerkt, wenn wir das machen, also wenn man das nicht so im Sinne von einer Show macht, sondern so ein bisschen langsamer, kommen auch tatsächlich mehr Fragen. Und Sie merken, wenn eine Fehler auf der Folie steht, zum Beispiel 16.05 Uhr statt 16 Uhr in Zoom, hat es aber jemand gemerkt. Vielen Dank dafür. Alternative wäre zwar früher eine zweiterminige Vorlesung, das will aber, glaube ich, kein Mensch. Könnten wir natürlich auch machen, zweistündige und dann noch einen Termin mit einer Stunde. Aber da muss man das alles organisieren, nochmal hinkommen. Manche kommen dann zuerst in der Woche, manche zu zweit. Keine gute Idee. Und Sie fragen gerne, wenn es zu irgendwas eine Frage gibt. Wie gesagt, ich mache das jetzt relativ schnell, damit Sie das alles mal gehört haben. Können Sie dann noch in Ruhe nachlesen. Die Übungen sind der wichtigste Teil. Es gibt jede Woche ein Übungsblatt. Insgesamt elf haben wir uns um eins reduziert. Wir haben überhaupt ziemlich viel am Arbeitsaufwand nochmal gedreht, damit das alles im Rahmen bleibt. Sie können das Übungsblatt wo machen, wo und wann Sie wollen. Im Rahmen der Abgabefrist. Sie müssen es aber selber machen. Jetzt komme ich gleich zu den Regeln. Das ist hier die wichtigste Regel. Sie müssen alle Programme 100% selber schreiben. Was heißt das jetzt genau? Es gibt dazu ein Regelwerk. Das steht hier auf unserem, hier zum Beispiel links, unter den Links gibt es Regeln. Hier steht auch nochmal, machen Sie sich mit den Regeln vertraut. Wenn man es auf erste Übungsblatt geht, steht da, lesen Sie die Regeln. Sie können also nicht sagen, dass Sie nicht darauf aufmerksam gemacht worden sind. Wir gehen jetzt nicht ganz durch. Es gibt zehn Regeln nach historischem Vorbild zur Programmiersprachenabgabe und so weiter. Aber hier zu der möchte ich doch kurz was sagen, weil das wichtig ist. Thema Zusammenarbeit. Damit es da auch wirklich gar keine Missverständnisse gibt. Sie können gerne jetzt fragen, wenn irgendwas nicht klar ist. Sie können gerne, viele von Ihnen möchten, dass sich in irgendwelchen Gruppen online oder live oder wie auch immer zusammensetzen und über die Übungsblätter nachdenken. Aber es ist wichtig, dass das, was Sie dann am Ende machen, das müssen Sie zu 100% selber machen. Also wenn Sie irgendwie Code kopieren, auch nur teilweise, dann verstoßen Sie gegen die Regeln. Und das gilt auch für das teilweise Übernehmen von einer anderen Person, von der Musterlösung von früher. Manche Aufgaben sind vielleicht so ähnlich wie früher. Auch ChatGPT oder Co-Pilot oder irgendwas aus dem Internet. Jetzt sagen Sie, haha, das merken wir doch niemals, wenn ich Co-Pilot benutze. Dazu sage ich, wenn fünf von Ihnen Co-Pilot benutzen und dieselbe Vorschläge kriegen, dann merken wir das natürlich auch. Also bei vielen 100 Leuten machen Sie es einfach nicht. Später mal ist so etwas wie Co-Pilot, also Sachen, die Ihnen Code-Stücke vorschlagen, ganz nützlich. Aber am Anfang ist es eher ein Hindernis zum Lernen. Also man lernt nichts, gerade am Anfang, wenn man Code bzw. Lösungen übernimmt. Sie lernen dann einfach nichts. Und machen Sie es einfach nicht. Wir finden das raus, gilt als Täuschungsversuch. Ich sage es nur einmal. Es steht ja jetzt hier in Rot und Fett, aber also nehmen Sie das ernst, weil wir finden das raus. Und ich muss das einfach einmal sagen, weil es wird doch sonst recht viel geschummelt. Wenn Sie denken, haha, ich ändere Variablen-Namen ab oder Sie stellen Code-Zeilen um, Sie sind da besonders schlau. Das macht es noch schlimmer, weil dann haben Sie jetzt auch noch Energie in die Verschleierung investiert. Und es gibt Tools, insbesondere unsere, die das natürlich rausfinden. Also wenn man Code kopiert und dann ändert man noch die Variablen. Und wenn man sich wahnsinnig geschickt anstellt, schafft man das an diesen ganzen Tools, die das erkennen, vorbeizukommen. Aber es ist ziemlich stressig und mehr Arbeit, als das Übungsblatt dann gerade richtig zu machen. Und Konsequenzen gibt es auch für alle Personen, die an der Kopieraktion beteiligt sind. Also auch für die, die ihren Code zur Verfügung stellen, muss ich leider so deutlich sagen. Einzige Ausnahme ist Code, der im Rahmen dieser Lehrveranstaltung zur Verfügung gestellt wird. Alles, was wir hier zusammen schreiben, dürfen Sie natürlich benutzen. Sie kriegen auch immer Vorlagen von uns fürs Übungsblatt, das manchmal mehr, manchmal weniger schon vorgegeben. Tests sind zum Beispiel oft vorgegeben, damit Sie merken, oh, das stimmt noch nicht ganz. Und Sie kriegen auch eine Musterlösung nach Ablauf der Deadline. Dies nur für Sie, dürfen Sie nicht weitergeben. Alles, was da drin ist im SVN dieser Lehrveranstaltung, dürfen Sie verwenden. So, wie streng wird darauf geprüft, steht im Zoom-Chat. Wenn man den gleichen Ansatz, wird ein sehr ähnliches Programm. Sie werden es nicht glauben, wir machen das schon seit zehn Jahren und wir können ziemlich gut unterscheiden, ob Sie nur zusammen nachgedacht haben oder ob Sie denselben. Es ist einfach so, wenn man größere Mengen Code kopiert, also irgendwas, was so über eine halbe Zeile hinausgeht, dann ist da irgendwas drin, was so besonders ist, dass man das einfach merkt. Und da können Sie gar nichts gegen machen, außer Sie investieren so viel Energie, dass es, wie gesagt, einfacher wäre, es gerade selber zu machen. Also wir sind da einfach, wir machen das schon sehr lange, ist ja auch ein Forschungsthema und wir finden es einfach raus. Also wir können unterscheiden. Sie brauchen keine Angst haben, zusammen nachzudenken, aber den Code müssen Sie einfach selber schreiben. Also wenn man einfach Code kopiert und man lernt einfach nichts. Sie kopieren so einen ganzen Code-Block, zehn Zeilen, gucken so drauf und sagen, hätte ich genau so gemacht. Ja, das kann man behaupten, aber es stimmt einfach nicht. Lernen funktioniert es halt nur so, dass man, es ist dasselbe wie in der Vorlesung, wenn Sie jetzt hier alles sich anhören und sagen, ja, sieht gut aus, hätte ich genau so gemacht, habe ich jetzt verstanden. Sie haben es einfach nicht verstanden, Sie haben es dann gehört und dann müssen Sie es selber machen, selber nachdenken, selber tippen, selber was schreiben und erst dann lernt man es. So funktioniert halt Lernen und deswegen die Regel. Also Sie tun sich auch selber einfach keinen Gefallen. Und sowieso die Übungsblätter, dazu komme ich ja gleich, die sind ja dafür, dass Sie einfach dranbleiben, sind ja eine Motivationshilfe. Für Fragen aller Art gibt es das Forum, dazu kommt später noch eine Seite. Können Sie alle möglichen Fragen stellen, wir versuchen die so schnell wie möglich zu beantworten. Klappt auch immer sehr gut. Sie können auch selber Fragen beantworten, die andere stellen, bitte keine vollständigen Lösungen posten. Und es gibt diese Woche eine Zusatzveranstaltung für alle möglichen Fragen zu diesem Anfangskram. Linux werden wir gleich sehen, SVN, Daphne, was immer. Wenn Sie da irgendwelche Probleme haben, wir machen am Ende heute eine Terminumfrage. Folie 31. Sollten alle die kommen, denen das aus irgendeinem Grund schwerfällt. Machen wir einmal am Anfang. Hat sich bewährt. Tutorate. Grundsätzlich läuft der Übungsbetrieb online. Hier gibt es jetzt auch eine Neuerung. Sie bekommen jede Woche Feedback zu Ihren Aufgaben. Sie werden jetzt im Anschluss zugewiesen. Nee, ich glaube nächste Woche erst. Nach der ersten Abgabe schauen wir, wer etwas abgegeben. Wir verteilen das. Wir haben ziemlich viele Tutoren und Tutorinnen. Hier sehen Sie die, ich glaube 13, oder? Genau. Und da funktioniert die Kommunikation im Wesentlichen online. Sie geben was ab. Zu den Tools sage ich später noch was. Sie kriegen auch Ihre Kommentare mehr oder weniger ausführlich, wie Sie das möchten. Das machen Sie Ihrem Tutor oder Ihre Tutorin aus. Neu. Wir haben das zwar früher immer gesagt, dass Sie immer auch, wenn Sie irgendwie ein bisschen Nachhilfe brauchen oder sagen, ich habe da grundsätzlich Ihre Probleme und das reicht nicht, das online zu machen über das Forum. Ich brauche mal ein Gespräch oder so. Das konnten Sie schon immer machen. Wir machen das jetzt so, dass wir so ein kleines Tool haben, wo Sie Termine buchen können. Ich glaube, das senkt etwas so die Hürde ab, wenn man irgendwo hingehen kann und draufklickt und dann hat man einen Termin. Da muss man nicht so etwas Furchtbares machen wie eine Mail an den Tutor schreiben oder so, was vielleicht für manche dann schon eine zu große Hürde ist. Irgendwo draufklicken und dann habe ich einen Termin. Das sind Kurztermine, so 10-Minuten-Slots. Patrick hat dazu schon ein Tool gebastelt. Das sehen Sie dann nächste Woche. Und dann haben Sie einfach bei dem Tutor oder der Tutorin, der Sie zugewiesen sind, diese Möglichkeiten. Wenn Sie mehr Zeit brauchen, können Sie dann in diesem Kurzgespräch Zusatztermin ausmachen. Also Sie sehen, obwohl wir das schon länger machen, haben wir einige Neuerungen für Sie dabei. Wie ist der Stil der Veranstaltung? Wir werden viel zusammen programmieren. Ich werde die Sachen oft beispielhaft erklären. Sehen Sie heute auch schon das erste Mal. Und die Details müssen sich selber aneignen. Sie lernen nichts davon, wenn ich Ihnen so eine Folie mit Code oder den ganzen Details einfach an die Wand schmeiße. Sie müssen das einfach selber machen. Ich gebe Ihnen hier die Inspiration, die Motivation und die Intuition und dann die Details. Das macht ja auch viel mehr Spaß, wenn man sich selber aneignet. Die Vorlesungen sind self-contained. Es gibt zwar weiterführende Literatur, die brauchen Sie aber nicht. Also Sie können eigentlich und nicht nur eigentlich alles, was Sie brauchen zum Verständnis, auch für die Übungsblätter, ist auf den Folien, wird Ihnen hier erklärt oder auf den Aufzeichnungen. Es ist sehr praxisbezogen, ja, Informatikstudium allgemein kann man ja sehr theoretisch machen oder sehr praktisch. Wir haben da, glaube ich, so einen guten Mittelweg gefunden. Ein Drittel ist Theorie, zwei Drittel Praxis, so ungefähr, sowohl in der Vorlesung als auch in den Übungsblättern. Aufgaben sind möglichst praxisnah in jeder Hinsicht, damit Sie sehen, wozu man das auch alles braucht. Theorie machen wir immer genau da, wo man sie auch braucht. Was ich damit meine, sehen wir, wenn es dann soweit ist. Heute gibt es zum Beispiel noch keine Theorie, da fangen wir einfach mal an. Aber irgendwann mal sieht man dann, okay, warum funktioniert denn das jetzt überhaupt? Warum macht man das so nicht anders? Das kann man einfach nicht verstehen, wenn man nicht ein bisschen Mathematik dazu macht. Und die ist dann auch meist ziemlich interessant, nicht besonders schwierig. Aber die machen wir dann ungefähr ein Drittel vom Aufwand. Sechs ECTS-Punkte hat die Veranstaltung, sind 180 Arbeitsstunden, davon zwölf Vorlesungen. 24, glaube ich, relativ angenehme Arbeitsstunden. Sie können sich zurücklehnen, ein bisschen mitdenken. So, 63 Prozent sagen, es geht weiter. Kleinere Programme schreiben, kein Problem. Ich bin noch, noch die programmiert haben, ein Prozent. Okay, wie gesagt, für Sie doppelt so viel Arbeit, aber Sie können gerne mitmachen. Sie müssen dann halt noch programmieren. Dabei lernen 15 Prozent, genau. Und 14 Prozent sind leider in der falschen Veranstaltung. Alles klar. Wunderbar. Ich glaube, wir können weitermachen. Übungsblätter sind das Wichtigste. Hier sind die Optionen für Ihr Zeitmanagement. Wir empfehlen, ziemlich viel für die Übungsblätter zu machen. Da müssen Sie am Ende nicht mehr viel lernen. Und es macht auch am meisten Spaß. Und Sie kriegen ja auch Unterstützung, während Sie das machen. Neun Stunden die Woche. Können aber auch sagen, ich mache nur ab und zu die Übungsblätter oder investiere da nicht so viel Zeit rein. Manche brauchen vielleicht auch einfach nicht so viel Zeit. Also das geht schon auch. Und das geht leider nicht, weil Sie 50 Prozent der Punkte aus den Übungsblättern brauchen. Und nochmal, die Übungsblätter sind nicht, um Sie zu ärgern oder zu quälen. Die sind ja sehr interessant. Wir geben uns damit sehr viel Mühe. Die sind dann Motivationshilfe. Und ich habe, stand das auf der vorherigen Folie? Ne, ich glaube, es steht auf der nächsten. Ja, also die Übungsblätter sind sehr gut. Wenn Sie einfach dabei sind und die machen, kriegen Sie auch die Hälfte der Punkte. Also Sie müssen sich da keine Sorgen machen, dass die zu schwierig sind oder so. Sie müssen halt die Zeit investieren. Es ist einfach eine Motivationshilfe und die beste Art, den Stoff zu verstehen, weil es auch bei uns sehr gut aufeinander abgestimmt sind. Und es gibt insgesamt 11 Übungsblätter, 20 Punkte, 220. Am Ende fürs Ausfüllen der Evaluation gibt es nochmal 20 Punkte. Wir setzen die Punktezahl des schlechtesten Übungsblatts. Und dann können Sie als eine Art Joker einsetzen für krank sein, sonstige Umstände und so weiter. So, was haben wir noch? Prüfungsleistung, genau. Es gibt eine Klausur. Termin steht noch fest, in der Regel immer in der letzten Augustwoche. 100 Punkte gibt es da. Drei Arten von Aufgaben der letzten Vorlesung, die dann erfahrungsgemäß auch immer besonders voll ist. Gibt es dann Details dazu. Wir rechnen dann auch ein paar Aufgaben live. Drei Arten, sage ich jetzt schon mal, Grundverständnis, tieferes Verständnis programmieren. Die Übungen sind ja sehr praktisch. Für die Klausur gilt das auch. Da gibt es auch, es ist jetzt ruhiger geworden, oder? Wo ich das Wort Klausur gesagt habe. Interessantes Phänomen. Details in der letzten. Wichtig, nur Grundverständnis reicht nicht. Also wenn Sie immer nur wissen, wie der Algorithmus genau funktioniert, können den nachmachen. Kann man sich Punkte holen, aber man braucht auch ein bisschen tieferes und praktisches Verständnis. Das ist auch mit Absicht so, weil wir alle drei Bereiche ja auch hier abdecken. Die Note ist dann einfach linear aus der Punktzahl. So, findet die Prüfung am PC statt? Ne. Programmieraufgaben. Sie können sich übrigens, wenn Sie da ein Gefühl für haben wollen, wir machen das hier alles super transparent. Mit Absicht. Aus irgendeinem Grund ist das jetzt hier sehr groß. Ich wundere mich gerade. Aber die... Warum ist das? Ah ja, genau. Ah! Ah, hier fehlt noch Patrick. Vielleicht können wir den Grad dazu machen. Die ganzen Klausuren aus den Vorjahren. Aber wenn Sie zum Beispiel hier hingehen... Ah! Ne, aus irgendeinem Grund... Hatten wir das nicht mal? Ah, wir hatten das mal. Hier stehen Sie. Wir machen hier noch so einen Link, wo die ganzen Klausuren aus den Vorjahren auf einem Haufen stehen. Sie können sich aber auch einfach durchklicken, weil Sie hier die Vorgängerversion haben. Wenn Sie jetzt da zum Beispiel hingehen, haben Sie hier die Klausur. Ich weiß, es gibt Klausur, Datenbank und Geheimprotokolle und alles Mögliche. Aber das ist dann immer Geheimwissen für bestimmte Leute. Wir stellen das deswegen einfach alles aufs Netz. Also hier haben Sie einfach die Klausur vom Vorjahr und können sich anschauen, was es da für Aufgaben gab, falls Sie das interessiert. Es gibt übrigens auch die Lösungsskizzen. Völlig ungeeignet zum Lernen steht hier auch dabei. Da sage ich auch noch mal was am Ende. Aber auf jeden Fall, und das gilt für alle Vorjahre, also jede Menge Altklausuren, Altaufgaben. Falls Sie da irgendwie nervös sind und schon mal ein Gefühl für haben wollen, können Sie sich anschauen. So, jetzt gehen wir mal zurück zu den Folien. Das war es schon zum Organisatorischen. Eine halbe Stunde wollte ich das machen. 29 Minuten sind es geworden. Gibt es dazu irgendwelche Tontafeln? Genau, und Steintafeln. Genau, richtig. Hammer und Meißel. Klausurtermin steht schon fest. Da wissen Sie mehr als ich. Achter, Achter. Moment, ich muss sogar nicht da überhaupt. Genau. Achter, Achter. Echt. Ich schaue mal gerade, was da ist. Hawaii. Achter, Achter. Hohes Friedensfest Augsburg, Bayern. Also Termin steht schon fest. Wurde gerade. Gut, 14 Uhr. Ja, gerne. Genau, Fragen. Ja, hallo. Im His-in-One gibt es montags einen Termin, Übungsgruppen. Hat den sonst noch jemand gesehen? Von 8 bis 10. Also mitten in der Nacht, was? Echt? Von Montag bis 8 bis 10? Also von uns ist der nicht? Also dieser, es gibt keinen Termin, Montag von 8 bis 10. Was es gibt? Es gibt keinen Übungsgruppentermin. Wir haben lange überlegt, wie wir das machen. Das stand jetzt nicht auf den Folien. Es hat, glaube ich, mit dieser Folie am ehesten zu tun. Moment. Wir werden das Thema ja noch öfter haben. Wir haben alles schon probiert. Mit einem Tutorat pro Tutor oder Tutorin, wo man dann hingeht. Ein Gesamttutorat pro Woche. Alles möglich. Da kommen einfach Leute nicht hin zu so Extra-Terminen. Und gerade die, die es bräuchten, kommen da nicht hin oder sagen nichts. Wir machen das so, im Wesentlichen online. Sie können über das Forum Fragen stellen, kriegen da viele sofort Antworten. Sie können mit Ihrem Tutor, Tutorin über die Übungsblätter hin und her mehr oder weniger ausführlicher. Manche sagen, ich will gar kein Feedback. Andere sagen, bitte erklär es mir genau. Das können Sie dann individuell ausmachen. Also einfach diese sehr individuelle Betreuung. Das hat sich bewährt. Und dann gibt es jetzt noch diese Möglichkeit, Slots zu buchen. Wenn Sie sagen, da brauche ich mal jemanden, den ich sehe, der mir das erklärt. Oder die haben Sie diese Möglichkeiten. Aber keine Tutoratstermine. Das ist ein Zusatztermin. Ein fester, wo dann auch sowieso nicht jeder kann. Einen Termin finden, wo jeder kann. Geht auch nicht. Hat sich einfach nicht bewährt. Beantwortet das die Frage? Und 8 bis 10 wäre immer da. Gibt es sonst noch irgendeine Frage? Genau, quasi nur die Vorlesung dienstags. Quasi. Genau, was immer quasi heißt. Ja. Quasi plus alles, was ich gerade gesagt habe. Gibt es sonst noch Fragen zum... Gar keine Ilias-Seite. Na, hätten Sie gerne eine. Also es gibt das Forum, das ich nachher noch zeige. Und es gibt die Wiki-Seite. Wir brauchen keine Ilias-Seite. Also es gibt quasi gar keine Ilias-Seite, sollte ich vielleicht sagen. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Also gerne, bevor wir dann mit Sortieren weitermachen. Ja, bitte. Wann ist die Deadline? Genau, wann ist die Deadline? Gute Frage. Das habe ich, glaube ich, vergessen zu sagen. Die Deadline ist immer zwei Stunden vor der Vorlesung, vor der nächsten. Also bis 12 Uhr, 12.00 Uhr. Und ich würde... Ah ja, genau. Weil Sie das fragen, ich bin jetzt vielleicht etwas... Also es steht ja an 100 Stellen, dass Sie diese Regeln durchgehen müssen. Also Sie müssen sie wirklich einmal durchlesen von Anfang bis Ende. Hier sind wir gerade drüber gegangen. Die anderen sind aber auch wichtig, bevor Sie... Und nicht nur erst, bevor Sie abgeben, sondern bevor Sie anfangen, am ersten Übungsplatz zu arbeiten, damit Sie nicht in eine falsche Richtung losgehen. Ich lese jetzt nicht alle vor, aber ein paar wesentliche Punkte ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir die jetzt zusammen durchgehen. Vielen Dank für die Frage. Programmiersprachen haben Sie drei zur Auswahl. Java, C++, Python. Aber wir machen ja alles in Python. Der Einfachheit halber ist ja nicht die Programmiervorlesung. Und 100 Prozent der Leute machen das. Also Python. Aber Sie können auch C++ verwenden, wenn Sie wollen. Das ist dann halt doppelt so viel Arbeit. Das ist noch wichtig. Also Termin ist immer 12 Uhr vor der nächsten Vorlesung. Das heißt, Sie haben nicht ganz eine Woche minus vier Stunden Zeit nach Ende der Vorlesung. Und maßgeblich ist die letzte Version vor der Deadline. Sie können da so viel committen vorher, wie Sie wollen. Und machen Sie das auch ruhig. Sie haben schon mal was und das funktioniert noch gar nicht. Das hat ja auch so eine Speicher-Backup-Funktion. Sollte man auch einfach machen. Ja, damit man einfach, oh, vorher hat doch was funktioniert. Jetzt funktioniert es nicht mehr. Können Sie sich einfach die ältere Version holen. Also machen Sie das, so viele Zwischenversionen, wie Sie wollen. Bei der Gelegenheit vielleicht, Sie sollen uns ja auch immer Feedback geben jede Woche. Dafür gibt es so eine Datei, steht auf dem Übungsblatt. Das Moment, das Übungsblatt zeige ich gerade auch noch mal. Hier unten ist es, gibt es immer so eine Datei, Erfahrung.txt, die Sie in Ihren Ordner mit committen, wo Sie auch was reinschreiben. Das steht hier nicht, aber die auch gerne vor der Abgabe schon mal schreiben, weil wir lesen die immer unter der Woche schon, wie die so reinkommen. Da muss ich nicht um 12 Uhr 200 Erfahrungen.txt lesen. Also gerne Feedback auch vorher schon mal. Nicht erst am Ende alles hochladen. Genau, wenn Sie zu spät sind, wird nicht akzeptiert. Also Sie können einfach, aber fangen Sie vorher schon mal an. Laden Sie nicht erst ganz am Ende hoch. Gibt es keinen Grund für. Genau, das können Sie sich einfach alles durchlesen. Durchlesen, Tests sind wichtig, Lesbarkeit, Forum, sage ich noch was. Lesen Sie sich das durch. Ich glaube, müssen wir jetzt nicht im Detail machen. Gibt es da auch Info für andere Klausuren? Klausuren, nicht nur für. Okay, die Frage verstehe ich jetzt nicht ganz, aber gut. Oder Patrick, verstehst du die letzte Frage? Ah, es ist ein Gespräch. Genau, wir lauschen einfach. Gibt es sonst noch Fragen zum Organisatorischen? Also sehr gerne, auch nachher noch, wenn Ihnen was einfällt, zu diesem ersten Teil. Gut. Wir machen jetzt noch zusammen MinSort und programmieren das auch. Kann man die Vorlesung machen, ohne Mathe 1 belegt zu haben? Kann man, ja. Also immer, wenn Ihnen so Voraussetzungen fehlen, ist es halt mehr Arbeit. Wir machen aber immer so Mini-Crash-Kurse für so Mathe-Themen, weil die meisten, also auch die Mathe 1 gehört haben, haben es vielleicht noch nicht so ganz verstanden. Ist dann vielleicht mehr Arbeit, aber geht, kein Problem. Also wir sortieren jetzt zusammen acht Zahlen. Ja, das ist die erste Vorlesung. Was ist Sortieren? Man hat N Elemente. Passen Sie auf, Sortieren. Jetzt wird es erklärt. Sie wollen schon immer wissen, was Sortieren ist. Man hat einen Vergleichsoperator, sodass man die Dinger auch anordnen kann. Und hier sind acht Zahlen. Und nicht nur werden wir die jetzt sortieren, sondern Sie müssen die sich auch merken, weil dieses Beispiel immer wieder auftaucht. Aber vielleicht merken Sie sich, doch, Sie müssen die sich in dieser Reihenfolge merken. Also bitte einprägen. Sie sind ja noch jung. Genau, ich frage dann nachher. Und da müssen Sie die in der Reihenfolge, Sie können es auch in Chat schreiben, aber das ist dann ein bisschen, Bogussort wird natürlich vorkommen. Ganz wesentlich. So, wir sortieren jetzt diese Zahlen. Trommelwirbel. Was ist die erste Zahl in der aufsteigend sortierten Reihenfolge? Wer kann mir das sagen? Sortieren. Kleinste Zahl zuerst, größte am Anfang. Vier, ja, richtig geraten. Vier, was kommt als nächstes? Acht. Acht, super. Dann? Siebzehn, Wahnsinn. Ja, und dann? Neunzehn. Die neunzehn steht in der neunzehn. Ob das Zufall ist, was kommt als nächstes? Nochmal neunzehn. Okay, wir haben, also es wird jetzt nicht etwa rausgeschmissen. Und dann? 32, genau, 44, 65, genau. Das ist sortieren. Genau, also das ist sortieren. Sie fragen sich jetzt, wofür braucht man das? Braucht kein Mensch. Tatsächlich braucht man sortieren, immer. Ja, also tatsächlich hat mein Kollege das irgendwann gefragt bei einem Vortrag. Ich sage jetzt nicht welcher, der lehrt auch hier an der Uni Freiburg. Wofür braucht man überhaupt sortieren? Das war die dämlichste Frage, die ich je gehört habe. Wofür braucht man überhaupt sortieren? Also wenn man neu ist, ist die nicht so dämlich. Aber wenn man seit 30 Jahren Informatik macht. Also man braucht sortieren wirklich. Sie schreiben ein Programm, das 100 Zeilen hat. Das müssen Sie erst mal hinkriegen, dass man da kein Sortieren implizit oder explizit braucht. Und ganz oft sortiert man auch relativ viele Zahlen. Also man sortiert meist, ist das Mittel zum Zweck für was anderes. Und oft ist die Anzahl der Zahlen dabei so groß, dass es wichtig ist, was man. Und jede Programmiersprache hat das auch irgendwie eingebaut. So, jetzt fangen wir mit dem einfachsten Algorithmus oder einen. Da gibt es ziemlich viele. Wir fangen mit Vorkenntnisse. Haben wir schon gemacht. Geht das hier noch oder muss ich mich wieder ausloggen? Min Sort. Patient Sorting. Genau. Mischen ist auch spannend. Tja, das ist das erste Übungsblatt. Können Sie sich freuen. Finde das Minimum. So, das ist der Algorithmus Min Sort. Und die machen wir jetzt. Und jetzt müssen wir. Oh, wo ist das jetzt hier? Jetzt müssen wir die Folge hinschreiben von der ersten Runde. So, wie waren die Zahlen von der ersten Runde? Wer weiß das noch? Was war die erste? Was? Nee, von der nicht sortierten. 17. Okay, machen wir jetzt mal. Jetzt muss ich hier ordentlich schreiben. 17. Was kam dann? 4. Okay. 32. Super. Dann? 19. Okay. 8. 65. 65. 65. 65. 19. Und? 44. Okay. So, was macht jetzt Min Sort? Min Sort fängt jetzt mal an. Und wir implementieren es gleich zusammen. Ich nehme jetzt den ganzen Bereich hier. Januar. Und suche das Minimum. Wie auch immer ich das genau mache. Wir machen das jetzt durch scharfes Hinschauen. Wo ist das Minimum in diesem Bereich? An zweiter Stelle. Ja, das ist korrekt. Genau. Also hier ist jetzt das Minimum. Und was ich jetzt mache, ist, ich tausche das Minimum an die erste Stelle. Und genau das implementieren wir gleich zusammen. 4, 17. Also die beiden vertausche ich. Und jetzt den Rest lasse ich einfach so. Ja, mein Programm muss das dann nicht kopieren. Da steht das dann einfach so. Jetzt kommt der nächste Schritt. Und im nächsten Schritt, das kleinste, ich hoffe, das ist klar, steht jetzt schon am Anfang. Jetzt schaue ich mir nur noch den Rest an und schaue, wo da das Minimum steht. Wo steht das Minimum? Im Rest. Ja, vierte Stelle im Rest ist korrekt. Min, genau. Jetzt hätte ich vielleicht etwas mehr Platz lassen sollen. Jetzt tausche ich das an die erste Stelle von dem Rest. Ja, Sie sehen schon, das ist der Algorithmus. Jetzt habe ich hier also 4. Jetzt habe ich hier 8. Und da die 17. Und dazwischen bleibt alles gleich. Ich mache das jetzt nur aus Erklärgründen, dass ich das hier nochmal hinschreibe. 65, 19, 44. So, und jetzt nehme ich den Teil und so weiter. Wo ist da das Minimum? Wenn ich mich nicht ganz irre, ist es hier und so weiter. Und das geht jetzt bis zum Ende. Und jetzt habe ich zwei Fragen. Da muss man jetzt tatsächlich ein bisschen nachdenken. Okay, hier ist jetzt, oh, tonner Wetter. Ich komme da gar nicht hin. Das ist jetzt hier Runde 1, nenne ich das mal. Wo ich das. Runde 1. Das ist Runde 2. Und das ist Runde 3. Und jetzt irgendwann, wenn ich das so weitermache, komme ich zur Runde. Und jetzt habe ich zwei Fragen. Einmal Runde, wie viel ist das? Und das zweite ist, wie sieht es genau aus in dieser Runde? So, jetzt schauen wir mal. Hier müssten ja jetzt... Wer kann mir sagen, welche beiden Zahlen da am Ende stehen in der Runde? Also ganz am Ende, das kann ich Ihnen schon mal verraten, sieht das ja so aus, dass ich hier noch zwei Zahlen am Ende habe, die ich tauschen muss. Welche werden das sein? 65, oder? Oder was war die? Was steht am Ende? Genau, und n ist hier übrigens gleich 8 in der Aufgabe. Wir haben acht Zahlen. Erstmal, die wievielte Runde ist das? Vielleicht bevor wir die Zahlen... Ja? Siebte Runde. Siebte Runde, genau. Wir brauchen also nur sieben Runden. Weil wenn wir die letzten beiden getauscht haben, dann steht das kleinere von beiden vorne und das letzte hinten. Es macht irgendwie keinen Sinn, die achte Runde mit nur einem Element noch zu machen. Genau. Wie sieht es denn hier aus? Was kommt denn hier? Ich würde mal sagen 17, oder? Und hier steht 19. Und da steht nochmal 19. Und hier steht 32. Was steht jetzt hier und was steht hier? Was steht zuerst? Also es gibt zwei Möglichkeiten. 65, 44, oder? Okay, es wird behauptet, zuerst kommt die 65 und dann die 44. Warum? Was denken Sie? Warum ist nicht andersrum? Ja, sagen... Genau, bitte. Aber warum ist die 64 nicht im Laufe dieser Runden nach... Das ist ja die Frage, oder? Warum ist die 44 nicht im Laufe dieser Runden nach vorne gekommen? Hier ist ja noch was dazwischen. Ja? 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 Ja, die 44 tauscht nie den Platz. Genau, weil und warum nicht? Warum ist die 44 vor Runde 7 nicht dran irgendwo hingetauscht worden? Ja? Weil es die zweitgrößte Zahl ist. Ja, weil es die zweitgrößte Zahl ist. Das ist eine gute Erklärung, genau. Die zweitgrößte und hier stehen ja nur die alle, außer die größte und die zweitgrößte. Deswegen ist die 44 bis zu der Runde hinten geblieben und deswegen steht da die... Genau, also selbst zu dem blödsten, einfachsten Algorithmus kann man... Es gibt schon zwei nicht triviale Fragen. Runde 7 muss man überlegen und welche am Ende stehen, muss man auch überlegen. Und hier wird dann getauscht. Die beiden werden jetzt auch noch getauscht und dann ist die richtig und die letzte Runde brauche ich nicht, weil wenn die vorletzte stimmt und das waren die beiden Größen, stimmt auch die letzte. Ist der Datentyp wichtig in dem Fall? Dazu kommen wir später. Gerade haben wir einfach Zahlen. Wir haben gerade einfach Objekte, die man auf jeden Fall eindeutig anordnen kann. So, genau. Und jetzt schreiben wir ein Programm zusammen. Was sagt die Zeit? Okay. Wir sind wie immer super in der Zeit. Wir schreiben jetzt ein kleines Programm. Das habe ich auch schon erst vorbereitet. Gut, das ist allerdings für meinen Geschmack hier. Kann die letzte Reihe das lesen? Ja, ich kann es auch. Gut. Was ich hier schon gemacht habe, ich habe hier schon, also einfach ein bisschen Python-Code. Ich habe im Wesentlichen den Kommentar geschrieben. Ja, wir wollen hier einfach ein Feld, ein Gegebenes mit wie auch immer vielen Zahlen sortieren. Und hier habe ich auch schon Unit-Test geschrieben, Dock-Test in Python. Den kann man einfach in den Kommentar schreiben, wenn ich es aufrufe für dieses Feld, das Ihnen bekannt vorkommen sollte. Stand da auch 8 auf der Folie vorher. Dann sollte das rauskommen. Und jetzt implementieren wir das mal zusammen. So, jetzt brauchen wir ja irgendwie diese Runden. Machen wir das mal. Den Rundenzähler nennen wir einfach mal i. Wie viel genau, wissen wir noch nicht. So, und jetzt müssen wir erst mal das Minimum finden. Wir fangen also mit Runde 1 an. Gehen wir noch mal zu unserem. Und so sollten Sie das am Anfang, glaube ich, auch machen. Das ist gut, wenn wir Algorithmen erklären. Entweder auf den Vorlesungsfolien oder Sie schauen, machen sich selber so auf ein Blatt Papier. Und dann versuchen Sie das umzusetzen. Ja, für viele ist das ja noch relativ neu. Jetzt haben wir hier die erste Runde. Das ist jetzt i gleich 1. Das kann ich vielleicht mal dazu schreiben. Das ist also jetzt hier i gleich 1 in meinem Code. Und da will ich von 1 bis n das Minimum finden. Ja, find the Minimum among n und mein Array geht von i bis zum Ende. n minus 1 und n ist die Größe des Feldes. So, wie finde ich das Minimum? Naja, ich gehe einfach mal durch und merke mir, dass ich könnte jetzt auch irgendeine Funktion aufrufen von Python. Aber ob das so geht mit einem Teil von Feld, das machen wir mal lieber selber. Nennen wir hier mal eine Variable min so far. Also wir wollen jetzt einfach am Anfang ist i gleich 0. Dann suchen wir im ganzen Feld. Min so far ist das erste. Und jetzt gehen wir mal durch. Einfach den Rest. i haben wir jetzt schon in Range von. Jetzt fangen wir an bei i plus 1, n. Sie sagen mir, wenn ich irgendeinen Fehler mache, Range in Python, das sind jetzt so Kleinigkeiten, die man dann nachgucken muss. Wenn ich mich nicht irre, geht, ist das letzte nicht dabei. Stimmt das, Patrick? Ich hoffe. Also i plus 1 fängt bei i plus 1 an und geht bis n minus 1. Aus Gründen, wenn man mehr codet, wird das klar, warum das eine gute Idee ist, das zu machen, ist das am Ende nicht dabei. Und das am Anfang aber schon, das einfach, könnte man auch anders machen, hat aber viele Vorteile, das so zu machen. So, jetzt gucke ich einfach, wenn mein Element an der Stelle größer ist als mein Minimum bisher, was am Anfang einfach das vom Anfang ist, dann ist mein Minimum jetzt das gleich Array von j. Und jetzt habe ich mein Minimum gefunden und jetzt möchte ich swap. Ja, jetzt möchte ich das an den Anfang tauschen. Die Elements, also Array E könnte jetzt natürlich auch dasselbe sein. In Spezialfall schauen wir mal, ob der Code das macht. Und tja, jetzt habe ich ein Problem. Ich muss mir auch merken, wo das Minimum war. Ja, da ist eine Frage, ja. Sehr gut, glaube ich auch. Wir wollen ja das Minimum finden, nicht das Maximum. Was ich mir jetzt auch noch merken muss, MinSoFarIndex, also wo das Minimum steht, reicht nicht mehr. Um das Minimum zu finden, reicht die Variable, um zu finden, wo es steht, brauche ich noch eine andere. Machen wir jetzt einfach hier, MinSoFarIndex. Wenn ich ein neues Minimum finde, ist es einfach das. Und jetzt tauschen wir die beiden. Wie machen wir das? In Python kann ich das so machen, indem ich zwei Variablenzuweisungen auf einmal mache. Ich mache jetzt hier Array, I, also an diesen beiden Positionen. Und die sollen jetzt gleich, hier fange ich mal eine neue Zeile an, Array, MinSoFarIndex. Kann man in Python machen, soweit ich informiert bin. Ja, das sind einfach zwei Zuweisungen auf einmal. Und was die effektiv machen, ist das Tauschen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das auch funktioniert, wenn MinSoFarIndex gleich I ist. Könnte man jetzt noch ein IF einbauen. Was ist das dann? Okay. So. Und das machen wir. Jetzt haben wir die getauscht. Und jetzt kommt der nächste Durchlauf. Und der fängt. Jetzt ist die Frage, wir sollten bei 0 anfangen. Wie weit gehen wir hier? Was sollte hier stehen? Die erste Runde ist die Nr. Und das ist die Nr. Ja, genau. Genau. Aber das wäre jetzt, genau, wie viel. Also die erste Runde gehen wir hier hin, ist von 0 bis N-1. Genau. Und die zweite ist von 1 bis N-1. Wie weit gehen wir hier? Also ist ja jetzt das I. Also hier ist I gleich 1. Vielleicht schreiben wir das gerade noch mal hin. I gleich 2. Und hier ist I gleich. Außerdem ist das nicht I gleich 1, sondern I gleich 0, weil es bei 0 in die CS anfängt. I gleich 0, I gleich 1, I gleich 6. Vorschläge, was hier stehen sollte. Ja? Ja, genau. N-1 sollte da stehen, weil wir gehen nur bis N-2. Also tatsächlich, das hier ist ja Position 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja? Also wir hören auf bei I. Hier ist I gleich 0, I gleich 1, I gleich 2, I gleich 6. Das ist N-2. Und wir müssen hier in den Range immer 1. Ein Problem, das man ganz oft hat in der Informatik, so One-Off-Probleme. Was ist es jetzt genau? Einfach immer ein Beispiel hinmalen und schauen, wie es da ist. Und dann, da alles linear ist, gilt das dann auch für den Allgemeinen. Okay, schauen wir mal, was rauskommt. Jetzt können wir einfach hier mal diesen Test laufen lassen. Hier ist ein Test. Das kann man so machen, indem man einfach das da schreibt. Got nothing. Okay, da sehen wir jetzt, dieser Test wurde ausgeführt. Der Test hat erwartet, dass das rauskommt. Es kommt aber nichts raus. Das ist das Problem. Das könnte das Problem sein, dass wir nichts rausbekommen haben. Ja, wir haben keinen Zurückwert gemacht. Genau. Das steht hier in dem Kommentar. Also eigentlich, wenn man Python ein Feld übergibt, dann wird das Feld verändert. Ja, das wird Call by Reference, lernen Sie in C++. Aber in Python ist das sozusagen eingebaut. Gibt es gar keine andere Wahl. Für die einfache Testbarkeit geben wir es hier aber auch zurück. Das müsste man eigentlich nicht machen. Dann wäre nur der Test etwas komplizierter. Schauen wir mal. Okay, dann klappt's. Machen wir doch noch ein paar andere Tests dazu. Damit Sie auch mal sehen, wie diese Dock-Tests funktionieren. MinSort machen wir zum Beispiel mal rückwärts sortiert. Und was soll da rauskommen? Eins, zwei, drei, vier, sechs. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Das funktioniert nicht. Damit Sie auch mal sehen, wenn ein Test fehlschlägt. Also jetzt habe ich, in diesem Fall war nicht mein Algorithmus falsch, sondern der Test. Und dann steht hier, ich habe das erwartet. Das soll rauskommen. Und das werden Sie auch ganz viel bei den Übungsblättern haben. Genau. Und was immer gut ist, ist auch ein Grenzfall dabei zu haben. Machen wir das mal zum Beispiel hier das leere Feld. Klappt das auch? Da sollte natürlich das leere Feld rauskommen. So. Klappt auch. Wunderbar. So. Hm. Bisschen hinten dran. Genau, das hatten wir schon. Python. Das hatte ich auch schon gesagt. Also wie gesagt, in der Vergangenheit, früher war es auch gemischt, haben 100% Python genommen. Weil es einfach weniger Arbeit gibt und weil es hier ja nicht die Programmiervorlesung ist, sondern Algorithmen und Datenstrukturen. Jetzt schauen wir uns mal die Laufzeit an, indem wir die Laufzeit messen. Da habe ich auch schon was vorbereitet. Wir machen jetzt einfach mal für ein Paar und fürs Übungsblatt. Also es ist jetzt quasi die Blaupause für das Übungsblatt. Für N. In, jetzt machen wir einfach diese 500.000, 1.500. Das heißt, wir fangen an bei 500. Wir gehen bis 10.000. Man muss in Python immer eins mehr nehmen und gehen in 500er Schritten. Das dritte Argument. Also es macht genau das. N nimmt da nacheinander die Werte 500.000 und so weiter bis 10.000 an. Und jetzt machen wir ein Create Array with Elements N-1. Einfach in umgekehrter Reihenfolge erzeugen wir mal eins. Machen wir jetzt mal und ich mache das mal hier nach oben auf dem Bildschirm. Genau, wie machen wir das? Das nennen wir einfach Array. In Python kann man das so schreiben. K vor K in. Ich mache hier wieder ein Range. Ich fange an bei N-1 bis 0 und gehe in Minus-1er Schritten und mache daraus ein Feld. Das sollte, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Dann sagen Sie mir bitte Bescheid. Das sollte jetzt einfach ein Feld erzeugen. In der Größe N einfach in umgekehrter Reihenfolge. Und jetzt sort with Min sort and time it. Wir wollen das jetzt einfach sortieren und schauen, wie viel Zeit dafür vergeht. Array machen wir mal so. StartTime gleich Time. Ich glaube Monotonic heißt das. Oder gibt es so einen Zähler einfach davor, wie ist aktuell die Zeit. Und hier ist die End Time nach dem Sortieren. Und ich glaube, das gibt die Zeit in Sekunden, wenn ich mich nicht alles täusche. Das heißt, wenn ich wissen will, wie lange das gedauert hat, dann muss ich das durch. Ich will das in Millisekunden haben. Genau, nehme ich mal 1000 und mache hier Int, Round. Wie ist denn Aufrunden in, kann mir das jemand sagen? Muss ich das aufrunden? Round, Int. Wie runde ich auf in Python? Und dann gebe ich das aus. Print the Array Size and the Time in Milliseconds. Entschuldigung, ich muss mich hier noch warm tippen. So, jetzt mache ich hier Print. Und jetzt mache ich einmal die Größe und die Zeit. Müssten beides Integer sein und New Line. Und hier müsste jetzt len Array stehen, Duration. Schauen wir mal. Und das führe ich dann aus. Machen wir das mal und führen unser Programm jetzt aus. Ohne Dock-Test, sondern laufen lassen. Ist ein Fehler drin. Sie müssen mir sagen, wenn irgendwas falsch ist. Ich hoffe nicht. Nochmal bitte. Mal 1000. Sehe ich aber auch so. Danke. Okay, also muss ich, da ich hier das Time-Modul benutze, muss ich das oben importieren. Kenne ich gerade. So. Schauen wir mal. Noch ein Fehler. Ah ja, das sieht schon mal. Okay, nach Python muss man kein New Line machen, weil das automatisch ausgegeben wird. Ah ja, das sieht ja schon mal gut aus. Die Zeit ist relativ schnell. Und das wundert mich auch. Warum kommt da 499 raus? Wer kann mir das sagen? Das liegt, glaube ich, daran, weil ich hier, ah, weil die 0 nicht dabei ist. Ich glaube, hier sollte ich ins, sonst sind die 1 zu klein. Warum ist die Zahl? Vielleicht muss ich hier mit 1000,0 multiplizieren. Ah, ich glaube, ich weiß, ich hätte das round wahrscheinlich. Das ist ja hier eine Floating Point Zahl. Schauen wir mal so, was da rauskommt. Ah ja, das sieht doch schon besser aus. Okay. Jetzt habe ich die Zeit in Millisekunden, die da rauskommen. Jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn das größer. So, das ist jetzt was, das, ja, was ist da passiert? Es dauert natürlich länger, wenn die, wenn man mehr sortieren muss. Aber irgendwie dauert es überproportional länger, oder? Also länger, als man erwarten würde. Also es sollte schon länger dauern, aber irgendwie dauert das immer länger, immer länger. Und die Frage ist, warum? Das war genau der Sinn dieser Übung. Also es wird langsamer, so weit, so gut, aber unverhältnismäßig viel langsamer. Und jetzt machen wir Folgendes und malen ein Schaubild. Das sollen Sie auch fürs Übungsblatt machen. Wir machen das einfach mal mit GNU-Plot. Dazu mache ich das in eine Datei und gleichzeitig auf dem Bildschirm. Ich könnte es jetzt in eine Datei umleiten. Zu diesen ganzen Sachen auf der Konsole, Linux und so weiter, gibt es den Einführungskurs. Da kommen wir gleich noch. Ich könnte es jetzt zum Beispiel so machen, indem ich hier das in eine Datei mit diesem Größe umleite. TSV nenne ich die, Tab Separated Values, weil es zwei Zahlen sind. Die durch einen Tabulator getrennt sind. Ich könnte die aber irgendwie nennen. Jetzt sieht man aber nichts. Ich kann auch T machen. T, ein Pipe. Das heißt, die Ausgabe wird jetzt in folgendes Programm umgeleitet. Was T macht, T schreibt sowohl auf die, T für T, ist ein Linux- oder Unix-Befehl, der einfach die Ausgabe sowohl in die Datei schreibt, als auch auf den Bildschirm. Es passiert aber auch nichts. Warum passiert nichts? Weil ich ihm hier sagen muss oder ihr, dass ich hier die Ausgabe wirklich immer schreiben soll und nicht puffern. Machen wir jetzt gerade mal. Und jetzt müssten wir dasselbe sehen wie vorher. Es wird jetzt auf den Bildschirm geschrieben und in eine Datei. Und jetzt können wir uns das anschauen in der Datei. Wie gesagt, mit einem einfachen Programm. GNUplot. GNUplot kann ich interaktiv aufrufen oder so. Ich kann jetzt hier einfach einen Befehl mitgeben. Und zwar soll er mir den Inhalt dieser Datei, vielleicht sollten wir uns den mal anschauen. Zum Beispiel hier im Editor. MinSort. Das sind einfach unsere Dateien in einer Datei. Und die will ich jetzt in einem Schaubild darstellen. GNUplot minus E. Plot. Einfach diese Datei. Macht er jetzt nicht mit. So. Und da war, haben Sie es gesehen? Es war ganz kurz da. Sie müssen schon genau hingucken jetzt. Genau. Das Problem ist, dass es so schnell. Oh. Das ist jetzt ein. Doch, doch. Ich glaube, er hat es angezeigt. Man muss nur schnell sein. Steht auch auf den Folien. Man muss sagen, bitte nicht sofort wieder verlassen. So. Das war es. Genau. Hier haben wir das Ergebnis. Also sonst geht das Fenster einfach gleich wieder weg. So. Jetzt hätte ich hier gern noch Linien dazwischen. Die Fehlermeldung ignorieren wir mal. Ich glaube, die kann ich auch umleiten. Nein, kann ich nicht umleiten. Warum auch immer. Dann halt nicht. Wenn ich hier noch hinschreibe, das steht auf den Folien. With Lines. Dann kriege ich ein schönes Schaubild. Ja. So ein Schaubild sollen Sie auch fürs Übungsblatt machen. Mit welchem Tool auch immer. Was wir sehen an dem Schaubild ist. Ja. Also es wächst zumindest nicht linear. Wenn doppelt so lange, doppelt so große Eingabe, doppelt so lange, dann hätten wir hier eine gerade Linie. Ja. Für 1.000 oder für 4.200 und dann für 8.400. Dann hätten wir hier eine Linie. Aber wir haben irgendwas anderes. Und die Frage ist, was ist das irgendwann anderes? Machen wir dann in der nächsten Vorlesung. Und für das Verfahren vom Übungsblatt sollen Sie einfach dasselbe machen und das miteinander vergleichen. Ist auch ein Test, ob Sie das richtig machen. Sie sollen das auch mit abgeben. Das zeige ich gerade auch noch, wie das geht. Können Sie einfach, dass Sie es mal gesehen haben. GNUplot ist ziemlich mächtig. Ein sehr altes Programm. Aber immer noch alt bewährt. Gut, wenn ich hier Set Terminal PDF schreibe, wird ein PDF ausgegeben. Das sollte ich dann vielleicht eine Datei schreiben. Paws minus 1 brauche ich dann nicht. Also man sieht schon, man muss nicht immer warten. MinTime Sort PDF Datei. Jetzt steht es in der PDF Datei. Die könnte ich mir jetzt hier anschauen. Jetzt habe ich hier eine PDF Datei. Vielleicht gleich im Fullscreen. Und dann können Sie das abgeben. So, jetzt habe ich das Ganze gleich in der PDF Datei. Wie ich da jetzt wieder rauskomme, weiß ich allerdings nicht. Gibt es zu MinSort gerade irgendeine Frage, bevor wir jetzt eine kurze Pause machen und dann weitermachen? Irgendwelche Fragen zu MinSort? Gut, fünf Minuten Pause. Dann geht es weiter. Bitte nicht weglaufen. Bis gleich. So, weiter geht es. Merge Sort. Das war MinSort. Das war so eines der einfachsten Sortierverfahren. Und für das erste Übungsblatt, also nach dem Muster haben wir öfter mal Übungsaufgaben. Aber jetzt ist es besonders so. In der Vorlesung für ein einfaches Verfahren, der Übungsblatt für ein etwas komplizierteres. Müssen Sie dann selber machen. Aber Sie sehen, Sie sollen genau dasselbe machen. Dann die Laufzeit messen. Den Code können Sie einfach übernehmen. Und Sie sollen jetzt Merge Sort implementieren. Etwas schlaueres Sortierverfahren, das ich Ihnen jetzt erkläre. Wir haben jetzt noch zwei Teile. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit und sind wie immer perfekt in der Zeit. Und Sie müssen mir zuhören. Das ist sonst zu laut hier vorne, bitte. Danke. Also zuhören heißt, dass Sie selber nichts sagen dürfen. Es ist einfach zu laut, wenn Sie hier reden noch gleichzeitig. Merge Sort. Da steckt Merge drin für Mischen. Da muss man erst mal ein Teilproblem verstehen und lösen. Und das ist Mischen. Mischen heißt, man hat zwei Folgen, die beide schon sortiert sind. Zum Beispiel hier haben wir die Folge A, ist schon sortiert, aufsteigend. 4, 17, 19, 32. Und die Folge B ist auch schon aufsteigend sortiert. Und jetzt will ich einfach die Vereinigung der beiden Folgen, also wenn es da Zahlen gibt, die in beiden drinstehen, will ich die auch zweimal haben, will ich auch sortiert haben. Wir schreiben erst mal das Ergebnis hin. Das haben wir schon mal irgendwo gesehen, oder? Die Ergebnisse muss man in orange hinschreiben, glaube ich, sonst geht das nicht. Das Ergebnis ist jetzt 4, 8, müsste 17, 19, 32, nochmal 19, genau. Also sie kommt dann auch zweimal vor. Die fliegt jetzt nicht irgendwie raus. Könnte auch alles 19 sein. Da wird hier 8 mal 19 stehen. Also erst mal ist es einfach sortieren von dem und die Frage ist jetzt, und das sollen Sie implementieren fürs Übungsblatt. Ich zeige Ihnen nur, wie es im Prinzip geht. Wie kann ich davon profitieren, dass die jetzt schon sortiert sind? Das zeige ich Ihnen jetzt. Jetzt machen wir das einfach Schritt für Schritt. Hier oben steht der Algorithmus. Können Sie sich den Ruhe selber anschauen. Ich zeige es Ihnen jetzt einfach am Beispiel, wie es geht. Was man hat, ist zwei Positionen, die man sich merkt. Am Anfang hier I in Folge A ist am Anfang 0. Und hier haben wir ein J in Folge B ist auch 0. Und jetzt schauen wir einfach anstelle I und J. Ich weiß gar nicht, ob ich den blöden Pfeil da brauche. Der macht das Bild irgendwie nur übersichtlicher. Deswegen male ich das jetzt nochmal hin. Also am Anfang sind wir einfach bei beiden Folgen am Anfang. I gleich 0. Und J ist auch gleich 0. Sind wir also hier. Und jetzt schauen wir uns die beiden Zahlen an und nehmen die kleinere davon und schreiben die raus. Und das sind in diesem Fall die 4. Und da, wo wir es rausgeschrieben haben, gehen wir jetzt eins weiter. Jetzt sind wir also hier. Jetzt ist mein I hier und mein J ist noch da. Und jetzt schaue ich mir die beiden an. Jetzt schaue ich mir an 17 und 8. Also da, wo mein I ist, da, wo mein J ist, schaue ich immer. 17, 8. Welches ist kleiner? 8. Wunderbar. Ja, komme ich hier wieder raus. 8. Und schreibe die da hin. Dann gehe ich in der Folge, wo ich rausgeschrieben habe. Eins weiter. Jetzt bin ich hier. 17, 19. Ich schreibe die 17 raus. Gehe da. Das muss nicht abwechselnd sein. Es könnte ja auch sein, dass alle in A kleiner als alle in B sind. Also das kann beliebig hin und her springen. Hier ist es jetzt relativ abwechselnd. 19, 19. Da muss ich mich entscheiden. Es ist ja egal, welche ich zuerst rausschreibe. Im Ergebnis steht jeweils 19. Schreiben wir doch die in Folge A zuerst raus. Ja, dann sind wir hier. Jetzt habe ich 32, 19. Dann werde ich die zweite 19 rausschreiben. Dann gehe ich hier eins weiter. Bin ich hier. 32, 44. Jetzt schreibe ich die 32 raus. Und jetzt ist hier Ende. Beziehungsweise Ende. Ich muss gar nicht Ende schreiben. Meinen Zähler werde ich hochzählen. Und der ist dann hier bei 4. Und 4 ist gerade die Länge der Folge. Weil es bei 0 anfängt, ist das dann am Ende. Ja, also hier bin ich jetzt am Ende. Und wenn ich am Ende bin, dann vergleiche ich natürlich nichts mehr so und schreibe einfach alle von der anderen raus. Und das mache ich jetzt hier noch. Gibt es zu diesem wunderschönen Algorithmus, genannt Mischen, irgendeine Frage. Da schreibe ich jetzt hier die 65 raus. Den sollen sie implementieren. Das ist sozusagen die Hälfte von der Implementierungsaufgabe. Wir sollen ihn ja dann auch noch nicht 5, sondern 4 zum Sortieren verwenden. Und der ist im Grunde nicht schwer. Man muss sich halt überlegen, wie man das umsetzt. Und die Grenzfälle. Das ist was, was man beim Programmieren immer übt. Eine Folge ist schon am Ende, die andere nicht. Man kann irgendwie so lauter Kleinigkeiten falsch machen. Da muss man aufpassen. Irgendwelche Fragen zum, genau, Mischen, Impossible. Genau, richtig. Da gibt es einen sehr gemeinen Cartoon zu. Den zeige ich jetzt nicht. Der ist politisch nicht korrekt. So, gibt es da eine Frage zum, keine Frage zum Mischen? Doch, eine Frage. Ja, bitte. Bei diesem Merchdorf müssen dann die White Arrows, müssen sie die gleiche Länge haben? Nein, gute Frage, aber müssen sie nicht. Kann man sich vielleicht auch überlegen an dem Beispiel hier, wenn jetzt, war jetzt nicht wichtig, dass die die gleiche Länge haben. Und eine Sache, die wir jetzt noch nicht untersuchen, die aber ganz interessant ist, die hier schon auffällt. Man hat sich kein Element zweimal angeschaut, so wirklich. Man geht entweder in der einen oder in der anderen Folge weiter. Also, man geht so einmal durch beides durch und dann ist man fertig. Eine schöne Eigenschaft von einem Algorithmus. Genau. So, gibt es sonst noch irgendeine Frage? Sonst schauen wir uns jetzt an, wie man das zum Sortieren verwendet. Und der Algorithmus ist jetzt schon clevererer. Und jetzt müssen Sie wieder sich das, die Eingabefolge merken von gerade. Genau. Okay, hier ist einfach die Grundidee, die lasst ich jetzt einfach mal auf den Folien stehen und wir machen es jetzt zusammen am Beispiel. Beste Art, um irgendeinen neuen Algorithmus zu verstehen, ist immer an einem kleinen, nicht zu klein, nicht zu einfach, aber an einem kleinen Beispiel. Und das machen wir jetzt. Und damit wir anfangen können, müssen wir jetzt die Zahlenfolge nochmal hinschreiben. Die unsortierte Zahlenfolge der ursprünglichen Reihenfolge. Wie fing die an? Das sind jetzt die, ist auch Klausuraufgabe. Wie ist die unsortierte Reihenfolge der Zahlen aus der ersten Vorlesung? 17, oder? Ich glaube 17. Und dann? Was kam als nächstes? Hallo? Ganz am Anfang der Vorlesung. 4, ich glaube auch 4, oder? Und dann? 32. Sehr gut. 19. Ich glaube auch. Und dann? 8. Und dann? 69. 69. 65. Und jetzt? 44 und 19. Genau. Sehr gut. Und jetzt kommt Mischen. So. Wie mischt man jetzt? Sie sind jetzt gar nicht sortiert. Und ich kann jetzt mischen. Ich kann jetzt zwei sortierte Folgen mischen. Und ich zeige es Ihnen jetzt einfach mal, was man macht. Was man jetzt macht, ist, ich nehme mal hier so Einzelfolgen und mische die. Also die da mische ich jetzt. Merge schreibe ich hier mal hin. Merge und mische die. Da gibt es jetzt nicht so viel. Es sind jetzt zwei Folgen der Länge 1. Die sind schon sortiert. Bei einer Folge der Länge 1 gibt es ja nicht so viel. Aber das ist so der Trivialfall. Damit fängt man hier an. Und die mische ich jetzt. Wenn ich zwei Folgen der Länge 1 mische, dann schreibe ich entweder die eine oder die andere zuerst. Das ist vergleichsweise trivial. Aber es ist ein Spezialfall davon. Also hier habe ich jetzt das Ergebnis der beiden. Da steht entweder das eine oder das andere Folgen. Aber es ist ein so. Jetzt habe ich aus zwei Folgen der Länge 1, die beide schon sortiert sind, trivial eine sortierte Folge der Länge 2 gemacht. Und wenn Sie darüber nachdenken, kann ich das jetzt hier mal schön weitermalen. Ich werde jetzt einfach hier das Merge mache ich jetzt einfach. Hier kommt dann 19, 32 raus. Und Sie sehen schon, nach der ersten Runde habe ich jetzt schon sortierte Teilfolgen der Länge 2. Ganz am Anfang habe ich noch gar nichts. Dann habe ich einfach sortierte Teilfolgen der Länge 1. Das ist trivial. Aber man muss ja irgendwie anfangen. So. Hier steht jetzt, da passiert gar nichts. Die bleiben in der Reihenfolge. 8, 65. Aber das weiß ich ja vorher nicht. Und was Sie hier sehen, ist die erste Runde von... Und genau das, was ich jetzt vormache, können Sie ja schon mal überlegen, müssen Sie dann implementieren. Für MinSort haben wir gerade beides gemacht. Ich habe Ihnen den Algorithmus erklärt und wir haben ihn dann implementiert. Jetzt erkläre ich es Ihnen nur und Sie müssen dann daraus ein Programm machen. Das ist also Runde 1. Schreiben wir das mal vorne hin. Das ist jetzt Runde 1. Und schauen wir mal, wie viele Runden wir jetzt brauchen. Und jetzt habe ich vier Teilfolgen der Länge 2. Und da mache ich jetzt genau dasselbe. Das wird jetzt schon etwas weniger. Jetzt mache ich hier das und das und merge die. Das sind jetzt zwei Teilfolgen. Der Länge 2. Und die geben jetzt eine Teilfolge der Länge 4. Jetzt kann ich hier... Also damit das klar ist, wie der Bezug zuvor ist. Hier ist eine sortierte Folge und hier. Die sind jetzt Teile von dem Feld. Aber das ist jetzt egal. Jetzt würde ich hier mein I und da mein J draufsetzen. Gucke, welches davon ist kleiner. Das können wir ja sogar für den Fall mal... Damit das klar ist, dass das dieser Algorithmus ist, muss ich mal hier die Farbe ändern. Also jetzt bin ich hier und da. Gucke mir davon an, welches ist das kleinere. 4,19. Die 4 ist kleiner. Die schreibe ich dann hier raus. Und in der Liste, wo ich die 4 rausgeschrieben habe, gehe ich jetzt weiter. 17,19. Die 17 ist kleiner. Schreibe ich die 17 raus. Und dann bin ich schon am Ende der ersten Liste. Ist ja immer noch einfach, weil es hier nur Länge 2 ist. Und dann schreibe ich 19 und 32 raus. Also hier ist jetzt sogar gar nichts passiert. Aber das wusste mein Algorithmus vorher ja nicht. Trotzdem. Es ist halt ein Spezialfall, wenn ich die beide aneinander kleben kann. Hier mache ich jetzt dasselbe. Sie sehen auch was Schönes. Ich könnte das jetzt sogar parallel machen, wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte. Aber darum geht es hier nicht. Hier mache ich jetzt dasselbe. Fangen wir an mit hier 8,19. Die 8 wird rausgeschrieben. Dann gehe ich in der Liste mit der 8 weiter. Genau, jetzt bin ich hier. 19,65. Hier passiert jetzt tatsächlich was. Ich schreibe die 19 raus und gehe in der Liste weiter. Bin jetzt hier. Jetzt vergleiche ich 65,44. Schreibe ich erst die 44 raus, dann die 65. Ist genau der Algorithmus, den wir gesehen haben. 44,65. Und Sie sehen jetzt nach Runde 2. Also irgendwie ist der besser als der andere. Also raffinierter heißt nicht unbedingt besser. Aber in dem Fall scheint das doch irgendwie besser zu funktionieren. Also nach Runde 2 bin ich jetzt schon ziemlich weit. Jetzt habe ich nämlich schon zwei Hälften, die beide in sich sortiert sind. 4,17,19,19,32. Hier habe ich eine Folge von 4, die sortiert sind. 8,19,44,65. Jetzt muss ich noch einmal mischen. Und dann habe ich alles sortiert. Genau. Machen wir das. Hier wird jetzt noch einmal gemischt. Und ich sage es jetzt einfach. Ich male jetzt keine Punkte mehr. Ich fange jetzt hier am Anfang an und hier am Anfang an. Also das zeige ich nochmal mit dem Pointer hier. Ich bin jetzt hier am Anfang und hier am Anfang. Nimm das kleinere davon und gehe in der entsprechenden Liste 1 weiter. Das machen wir jetzt einfach im Kopf. 4,8. Da kommt also zuerst die 4. Dann gehe ich in der ersten Liste 1 weiter. Bin ich bei 17. 17,8,8 in der 8er Liste. Dann 17,19 kommt die 17. Dann 19,19 kommt die 19. Dann kommt die andere 19. Dann kommt die 32. Dann kommt die 44. Dann kommt die 65. Sie müssen das sowieso, wenn Sie das Programm schreiben, dann nochmal selber. Also Sie sehen das jetzt einmal, verstehen vielleicht die Grundidee. Aber das sollten Sie unbedingt selber für sich nochmal auf dem Papier nachvollziehen. Das Unterstrichen ist einfach. Ich habe jetzt Teilfolgen unterstrichen, die in sich schon sortiert sind. Und Sie sehen, nach Runde 3 ist alles sortiert. Und ich habe dreimal quasi alles gemischt in dem Feld. Also irgendwie habe ich hier weniger Runden als bei dem Minz-Sort. Ich mache aber auch was Komplizierteres in jeder Runde. Gibt es irgendeine Frage zu diesem Algorithmus? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage ist, soll das alles in dem Feld passieren? Hier zum Erklären habe ich ja immer das neue Feld, das habe ich auch bei dem Minz-Sort gemacht, habe ich das immer neu hingeschrieben, obwohl das Minz-Sort ja tatsächlich alles in dem Feld gemacht hat. Der hat ja immer nur geswappt und hat nie ein zusätzliches Feld gebraucht. Bei Minz-Sort sieht das auch so aus, als könnte ich jetzt hier 17,4 und die drehe ich einfach um. 32,19 drehe ich um. Was ist jetzt hiermit? Kann ich das machen? Hier bin ich ja in einem Teil des Feldes, vier Elemente. Kann ich die mischen und dann gleich wieder hinschreiben? Und dann werden Sie beim Bearbeiten des Übungsblatt merken, das ist ganz schön schwer. Also mischen in dem Feld selber geht nicht. Also da werden Sie dann diese beiden erstmal in ein separates Feld schreiben müssen, der Größe 4 und es dann wieder hin kopieren. Und das ist okay. Es geht in place, aber das ist erstaunlich kompliziert. Da bräuchte man zwei Vorlesungen, um das richtig zu erklären. Also Merge-Sort geht tatsächlich nicht so ohne weiteres in place. Ist aber okay dafür dann. Steht das in den Kommentaren oder von der Vorgabe? Ja, es steht auch drin. Genau, weil das eine typische Frage ist. Sehr gute Frage. Danke. In Python sind das mehr als... Naja, es kommt darauf an, was man Runde nennt. Und eine Runde ist, hier alle Einerfolgen zu Zweierfolgen zu mischen. Das nennen wir einfach eine Runde. Wir haben jetzt einfach das eine Runde gemacht, aber natürlich geht man darüber. Und Sie sehen schon, fürs Programmieren ist es jetzt ein bisschen schwieriger, weil ich muss irgendwie mit den Indizes, wie mache ich das jetzt, dass ich hier, dass ich einfach weiß, was ich hier mit was merge. Müssen Sie sich einfach ein bisschen überlegen und schauen, wie man das macht. Die Umsetzung in einem Programm ist jetzt nicht mehr ganz so einfach, aber Sie sollen ja auch ein bisschen nachdenken. Hier ist das allgemein nochmal erklärt und ein wichtiger Hinweis. Das hat jetzt so super funktioniert, so schön, weil Ende Zweierpotenz war. Ja, 8. Wenn man hier von hinten geht, 8. Wenn man das aufteilt, hat man 2 mal 4. Wenn man das aufteilt, hat man 4 mal 2. Wenn man das weiter aufteilt, 8 mal 1. Das geht natürlich bei einer Nicht-Zweierpotenz nicht so einfach. Dann bleibt dann irgendwie am Ende was übrig. Wenn ich hier zum Beispiel 10 Elemente hätte, hätte ich hier noch einen zusätzlichen Zweier. Und hier hätte ich dann 4, 4 und 2. Ist gar nicht so viel schwerer, wenn Sie in Ruhe darüber nachdenken. Das heißt einfach nur, dass dann ein paar Felder am Ende einfach einfacher sind, für die ich vielleicht auch nichts machen muss. Wenn hier jetzt noch zwei mehr sind, dann würde ich einfach in der Runde damit nichts machen. Hätte die hier am Ende noch und würde die dann dazu mischen. Man muss sich einfach überlegen, was man macht, wenn N keine Zweierpotenz ist. Gehört auch zur Aufgabe. Erkläre ich jetzt extra nicht, damit Sie auch noch was zu tun haben für das Übungsblatt. Gibt es zudem, das ist jetzt Mischen, das ist Ihre Aufgabe für das erste Übungsblatt. Wenn Sie das gemacht haben, dann die Laufzeit berechnen, das schenken wir Ihnen ja. Hier können Sie einfach dasselbe Programm nehmen und rufen hier Merge Sort auf. Und dann malen Sie das Schaubild. Das ist geschenkt und sollen da ein bisschen drüber nachdenken, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Gibt es dazu irgendeine Frage, bevor ich dann zum Abschluss noch was zu einem Kurssystem sage. Hier gibt es im Chat was. Ja genau, im Chat wird schon Merge Sort und Minch Sort verglichen. Das ist genau die Frage, auch beim ersten Übungsblatt. Welcher ist denn jetzt besser? Merge Sort sieht irgendwie cleverer aus, aber macht auch kompliziertere Sachen. Bei Minch Sort geht man auch durch. Genau das Thema der nächsten zwei Vorlesungen. Das irgendwie genauer zu machen, wann jetzt ein Algorithmus besser ist als der andere. Das Prinzip dahinter sei ja noch kurz erwähnt. Man nennt das Divide and Conquer. Wenn man irgendwie ein komplexes Problem so in Teilprobleme aufbricht. Genau, also ich habe ein Problem sortieren, wenn ich das hier von hinten angucke. Ich will jetzt das ganze Ding sortieren und ich sortiere dann erst mal kleine Teilfolgen und bastel daraus sortierte Teilfolgen. Hier machen wir es. Das Ganze kann man auch rekursiv machen. Hier haben wir es iterativ gemacht. Ich fange mit kleinen Folgen an und mische die zusammen. Dazu habe ich doch auch noch eine Umfrage vorbereitet, die ich jetzt launche. Thema Rekursion. Es gibt noch eine Umfrage. Es gibt noch zwei Umfragen. Sie können gerne schon mal, haben Sie schon mal gehört, was Rekursion ist. Genau. Also fürs Übungsblatt ist nicht erlaubt, den rekursiv zu implementieren. Sie sollen das extra iterativ machen. Jetzt muss ich meinen Mauszeiger wiederfinden. Die White and Conquer heißt das. Das ist so einer der Begriffe, den Sie vielleicht schon mal gehört haben. Hier eine Folie zur Etymologie. Hintergrund Allgemeinbildung ist sehr wichtig. Auf Englisch die White and Conquer gibt es in allen möglichen Sprachen. Tatsächlich kommt das aus der Kriegsführung. Wenn man irgendein Volk oder sowas beherrschen will, dann teilt man die einfach in viele kleinen Gruppen und lässt die sich selber zerfleischen. Ja, also daher kommt der Begriff. Es gibt ziemlich viele Begriffe in Wissenschaften, Informatik, sonst so, die eigentlich aus Kriegsführung kommen. Kann man darüber streiten, ob das so geschickt ist, Verfahren der Informatik so zu nennen? Ich wollte das nur mal anmerken. Der Flugplatz Freiburg hat ja übrigens auch eine militärische Vergangenheit. Können Sie hier nachlesen. In einem Wikipedia-Artikel wurde er dann ja auch jetzt umgewidmet. Aber vor 1989 war die Nutzung ja immer militärisch. Gut, schauen wir gleich mal das Umfrageergebnis an. Wo sind wir bei? Ich beende das mal und teile das Ergebnis. Was haben wir? Rekursion. Ein Viertel hat es schon mal gehört. Ein Viertel gehört, aber nie wirklich verstanden. Rekursion ist auch echt tricky. Hat nichts mit Elektromobilität zu tun. Genau. Und um zu verstehen, was Rekursion ist, muss man erst mal verstehen, was Rekursion ist. Genau. Wunderbar. Kommen wir jetzt zum letzten kurzen Teil, zu den Kurssystemen. Es wurde schon gefragt, acht Minuten müssen Sie mir jetzt noch zuhören. Dann können Sie sich ans Übungsblatt machen. Wie gibt man das eigentlich ab? Das will ich Ihnen jetzt noch ganz kurz zeigen. Unser Kursverwaltungssystem Daphne, der Armin Biere, benutzt es auch für Programmieren in C++. Das ist prima. Ich höre Sie zu laut, wenn Sie reden. Sie müssen leider noch schweigen für acht Minuten. Also prima, dann müssen Sie es nicht zweimal lernen für zwei verschiedene Veranstaltungen. Erstmal müssen Sie sich anmelden. Link auf der Wiki-Seite. Und da sehen Sie dann alles, was Sie brauchen. Sie sehen ab nächster Woche, wem Sie zugewesen sind, wie viele Punkte Sie gerade haben. Link zum Forum, zum SVN. Und die erkläre ich jetzt kurz. Und zu unserem Bildsystem. Die zeige ich kurz und erkläre Sie dann. Forum kann man Fragen stellen. Unbedingt. Das ist wirklich wichtig. Deswegen brauche ich jetzt noch die acht Minuten. Es gibt hier auf der Seite links hier auch Regeln Forum Anleitung Forum. Steht hier auch nochmal in Fett. Müssen Sie einmal unbedingt lesen, weil das wirklich wichtig ist. Ich glaube, ich lese das jetzt nicht ganz vor. Außer ein paar wesentliche Punkte. Also erstmal natürlich den Fehler selber suchen, aber um Gottes Willen nicht stundenlang nach dem Fehler suchen. Das ist ungeheuer frustrierend. Ein paar Minuten ist ganz gut. Manchmal steht man einfach auf dem Schlauch oder sieht die einfachsten Fehler nicht. Dann lieber gleich fragen. Das ist für den Lerneffekt am besten. Ein paar Minuten selber probieren ist gut. Dann fragen. Nicht stundenlang, weil Sie irgendwie denken, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das lernt man eher nichts. Außer auf einer anderen Ebene. Ganz wichtig. Meistens kriegen Sie irgendeine Fehlermeldung, die Sie vielleicht nicht verstehen oder nicht wissen, was Sie damit machen sollen. Fehlermeldung einfach erstmal googeln. In 90 Prozent der Fälle kommt man dann zum Stack Overflow Post, wo die Lösung steht. Dann braucht man es nicht im Forum fragen. Also wirklich Copy, Paste und man kriegt die Erklärung. Dann können Sie es auch selber machen. Wenn das nicht fruchtet, mal ins Forum schauen, ob nicht jemand genau dieselbe Frage auch gestellt hat. Vielleicht haben wir ja auch einen Fehler gemacht. Also die Vorarbeit sollten Sie leisten. Ganz wichtig. Und dann, wenn Sie jetzt fragen, auch ganz wichtig, wenn es eine Fehlermeldung ist, bitte nicht schreiben, ich habe da einen Fehler. Bitte helfen, sondern die Fehlermeldung ins Forum schreiben. Und zwar Copy, Paste, nicht die Fehlermeldung beschreiben, sondern genau sagen, ich habe diesen Fehler bekommen. Und meistens steht dann da eine Zeilennummer zu Ihrem Programm und dann sollten Sie auch den Teil vom Code posten. Nicht den ganzen Post, sondern den Teil. Und auch ganz wichtig, immer, wenn Sie einen Fehler haben und irgendwie nicht weiterkommen, dann sollte der Code, mit dem Sie gerade nicht weiterkommen, auch im SVN stehen. Damit wir bei Bedarf gucken können. Aber wir gucken da in der Regel nicht rein, nur für alle Fälle, dass wenn wir irgendwie aus Ihrer Frage nicht schlau werden, weil Sie gerade einfach überhaupt nicht wissen, was los ist, dann können wir uns einfach mal den Code angucken. Das ist aber nur der Backup. Also bitte lesen Sie sich das durch, das ist wirklich wichtig. Ja, wir helfen Ihnen sehr gerne und das klappt auch sehr gut, aber Sie müssen uns helfen, damit wir Ihnen gut helfen können. Genau. Und dann wird einer antworten. Genau. SVN, das zeige ich Ihnen jetzt kurz, indem ich einfach mal, Armin Bierer hat es vielleicht schon gezeigt. Und zu alledem, auch zu dem, was ich hier gemacht habe, manche haben jetzt vielleicht noch nie in so einer Linux-Konsole Sachen. Das hier war jetzt einfach ein Texteditor, das war eine Konsole, wo ich so Befehle eingegeben habe. Wenn das für Sie alles relativ neu, unvertraut ist, kommen Sie zu der Einführungsveranstaltung. Und ich würde sagen, die Umfrage starte ich jetzt schon mal. Und jetzt ganz wichtig, die Umfrage, die ich jetzt starte, sollten nur die ausfüllen, die dann auch kommen. Sie brauchen jetzt nicht sagen, da kann ich nicht oder da kann ich, wenn... Und ich hoffe, ich habe das Multiple Choice gemacht. Das muss ich gerade mal nachschauen. Ne, da steht tatsächlich Single Choice. Das war ja okay. Es ist gut, dass ich noch mal nachgeschaut habe. So. Also Sie kriegen jetzt hier diese Umfrage, Crashkurs. Und es geht um den Termin. Ja. Und bitte nur abstimmen, wenn Sie da auch kommen wollen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Wir nehmen jetzt einfach den Termin, an dem die meisten können. Es wird aufgezeichnet, nicht in Präsenz, aber wird aufgezeichnet. Und wir schauen mal, was da rauskommt. Und jetzt einfach die letzten drei Minuten noch machen. Und ich werde es jetzt ganz kurz vormachen. Für manche reicht das ja vielleicht schon. Alle anderen kommen dann einfach zu dieser Zusatzveranstaltung. So, was Sie jetzt machen können, passen Sie auf. Ich kann mich jetzt hier in Daphne einmal abmelden und einmal anmelden. Genau. Mit der Authentifizierung hat Daphne immer so seine Probleme. Ich kann Ihnen hier den Superhack zeigen. Wenn es in Daphne länger dauert, macht mal den Inkognito-Tab auf. Und da sind nämlich dann alle Cookies gelöscht. Hier bin ich jetzt Test-User. Melde mich an. Gehe auf Algorithmen und Datenstrukturen. Wenn Sie sich einmal anmelden. Und hier kriegen Sie jetzt SVN. SVN ist einfach irgendwas von Ihnen, was bei uns liegt. So ein zentrales Repository. Armin Bieratz. Sie müssen aufhören zu reden. Das ist zu laut. Noch drei Minuten bitte. Ich kann jetzt hier, ich mache es ganz schnell vor. Ich kann jetzt hier einfach mal SVN Checkout. Jetzt kriegen Sie einfach von allem, was bei uns über Sie zu dieser Vorlesung gespeichert ist, können Sie jetzt auschecken. Jetzt kriegen Sie hier ein Verzeichnis Test, in das ich reingehen kann. So, Test. Da steht jetzt nichts drin. Jetzt tun wir einfach mal so, als wäre das, was ich in der Vorlesung heute geschrieben habe, mein erstes Übungsblatt. Das muss ich so nennen. Steht auch auf dem ersten Übungsblatt. Blatt 01. Jetzt kopiere ich da einfach mal mein Code hin, den ich heute geschrieben habe. Dieses Makefile habe ich jetzt gar nicht erklärt. Das kopiere ich da aber trotzdem hin. Blatt 01. Und außerdem den Code minSort.py kopiere ich da auch hin. Nach Blatt 01. Wunderbar. Jetzt habe ich also hier einen Ordner Blatt 01. Da steht dieses in dem Makefile. Erkläre ich jetzt nicht. Wird in der Zusatzveranstaltung erklärt. Sie müssen es einfach nur kopieren. Sie müssen es gar nicht verstehen. Das Makefile sorgt einfach dafür, damit dieses System, das ich gleich zeige, automatisch schaut. Kompiliert das, laufen die Tests alle durch, stimmt der Style und alle komischen Dateien löschen. So, das steht also jetzt im Ordner Blatt 01. Jetzt kann ich einfach mal diesen Ordner committen. Erstmal muss ich ihn adden. Sagen, diese Dateien sind neu. Die möchte ich jetzt mit neu hochladen. Wenn ich add einen Ordner mache, werden auch alle Dateien da drin zugefügt. Frank, wir sind gleich fertig. Wir sind wie immer perfekt in der Zeit. Jetzt mache ich hier CI. Es gibt auf dem Wiki auch ein Commit. Code for ÜB1. Not really. Also Kommentare können Sie jetzt aus dem ersten Übungsblatt. Jetzt lade ich das hoch. Jetzt schicke ich das hin. Jetzt wird das auf unseren Server hochgeladen. Und jeder von Ihnen hat ein eigenes Verzeichnis da. Und jetzt müsste ich das hier auch sehen. Wenn Sie jetzt auf Daphne, wenn ich jetzt hier hingehe, sehe ich das. Jetzt sehe ich den Ordner Blatt 01 mit dem Make-File und meinen beiden. Das ist jetzt der Code, den wir geschrieben haben. Also was das SVN macht, ist einfach Sachen zu uns hochladen. Oder mit SVN Update kriegen Sie Sachen von uns. Zum Beispiel das Feedback von Ihrem Tutor oder Tutorin. Und noch eine Minute bitte. Was auch passiert, ist das hier. Hier läuft jetzt was. Jetzt warten wir einfach einen Moment, bis das hier. Hier läuft jetzt gerade was. Hier steht jetzt Build Running. Das ist vielleicht etwas klein, sodass wir das nicht sehen können. Müssen einen Moment warten. Was jetzt passiert ist, dass bei uns, sobald Sie was Neues da hochladen, wird das automatisch ausgecheckt. Und es wird geschaut, kompiliert das, laufen die Tests und alles. Und jetzt sehen wir hier, das ist schiefgegangen. Wir können auch genau, weil vielleicht lief es ja bei Ihnen aus irgendwelchen komischen Gründen, aber dann vergessen Sie, eine Datei hochzuladen. Und hier sehen wir, es kompiliert, das ist durchgelaufen, die Tests sind durchgelaufen, aber der Style gefällt nicht. Hier war irgendwie, unser Style Checker sagt, da fehlt, ist eine Leerzeile zu viel. Den können Sie auch lokal bei sich laufen lassen, können das korrigieren. Und dann sollten Sie einfach hier keine Fehler beim Durchlaufen haben. Und der Vorteil ist einfach, Sie können nachschauen, ob das, was Sie hochgeladen haben, fehlerfrei durchläuft. Und dann haben Sie einfach schon vor dem Abgabetermin die Rückmeldung. Jawohl, das klappt alles. Das wollte ich kurz zeigen. Und jetzt, glaube ich, sind wir am Ende. Und ich kann noch kurz das, genau, das habe ich gerade erklärt. Und jetzt schauen wir das Ergebnis der Umfrage an. Ja, das ist ja, ich würde sagen, Donnerstag, 12 bis 13 Uhr, oder? Also, das schreibe ich jetzt noch hin. Jetzt ist mir in letzter Sekunde hier der Dings runtergefallen. Das schreibe ich gerade noch auf die Folien. Donnerstag, ah, die Leute auf Zoom können es vielleicht nicht sehen. Donnerstag, 12 bis 13 Uhr. Das wird dann über Zoom sein. Und der Link wird noch Bescheid gegeben. Und jetzt haben Sie noch Gelegenheit. Also, es ist Donnerstag. Gibt es gerade noch irgendwelche Fragen? 12 bis 13 Uhr. Gerne Fragen. Und auch einfach. Und bei Bedarf auch länger. Sind dann auch mehrere Leute da. Wenn Sie da Einzelprobleme haben, können wir auch in Zoom in Breakout-Rooms gehen. Und es wurde schon gesagt, wann findet das Tutor? Es gibt keine. Die Zusatzveranstaltung wird aufgezeichnet für die, die nicht können. Genau. Sie findet aber rein virtuell statt. Gut, scheinen keine weiteren. Doch, jetzt gibt es noch eine. Sehr gut. Nochmal. Ab nächste Woche. Zoom. Online. Ja, ja, nur online. Steht auf dem Wiki der Link. Wir haben jetzt nur erst mal den Termin aus. Also, den Link gibt es dann auf dem Wiki. Und es gibt auch noch Post auf dem Forum. Viel Spaß beim Übungsblatt. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.